Hallo und herzlich willkommen zu BlauGelbTV. Hallo und willkommen zu BlauGelbTV. Heute beginnen wir eine neue Serie. BlauGelbTV Amazing Malta. Heute starten wir eine neue Serie. Amazing Malta. In der ersten Part werden wir die zwei Stadtte Medina und Rabat besuchen. Dazu besuchen wir in unserem ersten Teil die Städte Medina und Rabat. In Medina machen wir einen kleinen Rundgang durch die Stadt und zeigen Ihnen die spektakulärsten und schönsten Orte der Stadt. We will make a tour through Medina and show you the most beautiful places of the city. Anschließend besuchen wir die Stadt Rabat und besuchen dort die Katakomben von St. Paul. Viel Spaß. Wir starten unseren Rundgang im Festungsgraben. Von hier haben wir einen Blick hoch hinauf auf das Haupttour. Wir starten unsere Tour mit dem Ort der Fortress. Von hier haben wir eine großartige Sicht von der Haupttour. Von hier haben wir eine großartige Sicht von der Haupttour. Die Kathedrale von Medina wurde im Jahr 1697 fertiggestellt und ist eine der schönsten und wunderbarsten in der Stadt. Von hier haben wir eine großartige Sicht von der Haupttour. Besonders spektakulär sind die Bodenplatten, die an Priester und Bischöfe erinnern, auf dem Boden der Kirche. Typisch für Medina sind die engen und langen Gassen. Typisch für Medina sind die engen und langen Gassen. Wir stehen an der Nordseite von Medina. Von hier haben wir einen wunderschönen Blick über Mostar und die Rotunde am Horizont. Am Ende der Mauer ist der große Platz nahe des Palazos Falzor. Wunderschön zum Erholen und Entspannen. Am Ende der Mauer ist der Palazos Falzor. Eine weitere wunderschöne Kirche ist die Chamelliter Kirche. Aber machen Sie sich selbst einen Eindruck und schauen Sie sich die Kirche von innen an. Auch eine schöne Kirche ist die Kirche von Chamelliter Kirche. Aber sehen Sie sich selbst. ruhig hier wird das Schwerkzeuge. Anbieter Kirche bin. Nun haben wir einen großen Blick in die Katakomben von St. Paul's Church. Jetzt haben wir einen großen Blick in die Katakomben von St. Paul's Church. Wir hoffen, dass Sie große Freude hatten an dem ersten Teil unserer Malta-Tour hier, beginnend mit Medina und Rabat. Wir hoffen, dass Sie die erste Teil unserer Tour von Malta-Tour hier in Medina und Rabat. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020